Weißt du, gerade wo ich dann mein Aldi-Haul machen will, schickt mir Bilou ein Paket mit einer guten Botschaft, das werden wir uns auch noch anschauen. Tja, Kenas, hör mal, wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal zu einem Aldi-Haul zusammenfinden. In 100 Ionen Jahren hätte ich das nicht gedacht. Vor allen Dingen bei dieser Inflation, ich sag euch, wir leben in sehr, sehr harten Zeiten. 64,59 Euro für einen Einkauf, der vielleicht gerade mal 3, 4 Tage reicht. Also Inflation kickt anders rein. Naja, wir fangen mal an. Ihr seht hier, ich hab fetten Batzen Aldi-Sachen und wir fangen direkt mal an. Ganz wichtig, ach ja, Trigger-Warnung für alle Veganer. Wir haben natürlich auch tierische Produkte dabei, deswegen solltet ihr da schon mal Bescheid wissen. Ey, meine Haare gehen mir heute so hart auf den Sack, aber egal. Milzani-Vollmilch, absolut wichtig für die Darmflora. Ähm, zweimal, ja. Ich bin ein kleiner Milch-Jaki. Okay, dann ganz, ey, ey, 89 Cent Spaghetti. Wo leben wir eigentlich momentan? Seit wann haben das letzte Mal Spaghetti 89 Cent gekostet? Ich sag's euch, wir sind am Ende. Buttermilch ist für mich und meine Darmflora sehr wichtig. Ich bin so ein kleiner Buttermilch-Junkie. Dann gönne ich mir direkt mal einen rein. Natürlich auch von Milzani, ganz klar. Mh, lecker. Zweimal natürlich. Dann habe ich mir heute mal so einen Smoothie geholt. Protein-Dich-Auf-Smoothie mit Molke-Protein. Der hier, jetzt sieht er aus Gesicht. Guck mal, der kann. Zartbitter im Abgang. Ganz wichtig heutzutage natürlich, das Paderborner Brot. Das darf man niemals vergessen. Dann habe ich aber auch noch, ne, damit die Darmflora ein bisschen mehr in Action kommt. Das Vital und Fit. Sehr, sehr wichtig. Ich bin momentan nicht auf Diät, deswegen könnt ihr mir hier keine, deswegen könnt ihr mir keine Vorwürfe machen. Von wegen, Timo, was ballerst du dir da alles für ungesundes Zeug rein? Ab und an darf man das auch mal. Ich bitte euch. Das ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Der Thunfisch-Salat. Mexikaner. Absolut geil für zwischendurch. Kostet irgendwas mit 2 Euro, klar, überteuer. Aber ich sage euch, der geht euch so in die Darmflora rein, das glaubt ihr gar nicht. Heute im Angebot gefunden. 33 Cent billiger. Ich blende euch das mal eben kurz ein. Alter Leute, Kinder Bueno White. Untergesetzt 33 Prozent. Schlagt zu. Kinder Bueno White. Könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Hammerharte Action. Wirklich, Alter, wirklich. Ey, oh, oh. Ein kleiner Geheimtipp von mir. Das müsst ihr unbedingt mal holen. Erdnusscreme, aber crunchy. Wenn ihr euch das in die Darmflora knallt, das ist übergeil. Ne, das schmeckt jetzt mal ohne Witz. Das schmeckt richtig, richtig gut. Wirklich. Gerade dieses Crunchy gemacht das richtig, richtig gut. Weiter geht der Spaß. Dann noch normale für zwischendurch ein paar Erdnüsse. Ha, dürfen wir natürlich auch nicht fehlen. Ja, oh. Dann haben wir... Boah, die waren auch im Angebot. Pompbeeren im Angebot. 99 Cent. Also ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch Angebot nennen kann, aber wir leben in harten Zeiten. Ihr wisst es. Es gibt ja diese Nutella-Biskuits. Die finde ich übergeil. Ich habe mir jetzt mal die gefälschte Variante geholt und werde mit euch jetzt reingehen, ob das denn genauso gut schmeckt wie die richtigen Dinger. Haber Abgang. Zartbitter. Ne, nicht Zartbitter. Schmeckt genauso. Unwitz. Schmeckt absolut genauso. Spargelwand schmeckt genauso. Gönnt euch in den Rachen hinein. Die beste Schokolade gibt es sowieso bei Aldi. Die Nussbeißer. Ich weiß nicht, ob es hier auch in Aldi Süd gibt. Bei uns in Aldi Nord gibt es die. Kannst du keinen Fehler mitmachen. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Da wir bald Ostern haben, gekochte bunte Eier, dann hat man einen Zehnerpack reingeschallert, muss, wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu den gesünderen Sachen, also ich habe nicht wirklich gesund eingekauft, wenn ich ehrlich bin. Nochmal Kinder Bueno, weil sie halt im Angebot waren, da muss der Timo auch mal in die Tasche hineingreifen. Ich meine 65 Euro hin oder her, ich bin verrückt in der Birne. Dann haben wir hier zweimal Schlagsahne und ich Schlagsahne. Also wichtig für viele Soßen und so weiter, gerade was Nudeln angeht, immer schön die Schlagsahne mit rein schallern. Dann kommt der Geschmack erst richtig zur Geltung. Dann haben wir hier natürlich Nutella für den Aufstrich, für das Brot, für das Vitalbrot, damit man das halt auch wieder, also das Gute an dem Vitalbrot musst du ausgleichen, indem du wieder schlechte Kalorien drauf ballerst. Und das machst du halt mit Nutella. Absolut lecker. So, das war es erstmal davon. Also es war noch nicht mal viel und wir sind jetzt schon bei der Pflege. Heute gibt es Pizza. Wollt ihr mal sehen, wie ich Pizza mache? Selbstgemachte Pizza mit dieser Teigrolle. Absolut geil. Hast du auch direkt Soße bei. Ich habe auch Käse natürlich dazu geholt. Ich mache daraus eine richtig geile Paprika-Thunfisch-Pizza. Wenn ihr das mal sehen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen um da, dann zeige ich euch mal, was ich für eine hammergeile Pizza. Unter anderem Herzsauber. Dann haben wir hier natürlich, so wie ihr hier sehen könnt, für die Pizza, Mozzarella-Käse und dann nochmal Gouda-Käse. Gemischt macht das eine absolute Explosion in der Darmflora. Und ihr glaubt wirklich nicht, ihr seid auf diesem Planeten, sondern vielleicht sogar auf dem Mars. Für die Brotaufstrich, Räucherlachs, 4,99 Euro. Da tritt mich doch ein Pferd. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Wie kann das denn sein? Dann der Geflügelsalami für den Aufstrich. Ich mag Mett ab und an mal. Ein bisschen Mett muss immer aufs Brot. Morgen gibt es Spaghetti Bollo, deswegen etwas Hackfleisch. Die Spaghetti, das habt ihr ja gerade schon gesehen, die knalle ich mir dann auch gerne mal in meinen Mund. So, und dann haben wir so nochmal Mozzarella. Die esse ich gerne öfters mal mit Tomate. Ich sag mal so, die gehen runter wie warme Semmel auch unter anderem. Dann haben wir hier Geflügel-Motadella. Finde ich, ist eine sehr, sehr krasse Sache, weil man kann die aufs Brot tun. Oh, 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 oh. Karottensaft. Den muss ich auch, eigentlich, nee, ich will jetzt, ich hab ja noch hier den Smoothie, ich muss nochmal gucken, ob der Smoothie wirklich was konnte. Karottensaft, ab und an für die Augen, absolut zu empfehlen. Für die Augen ist gut, also Karotten sind gut für die Augen und ich mag Karottensaft auch. Und wenn das dann auch noch so ein bisschen mit Honig versetzt ist, dann hast du absolut gewonnen in diesem Erde, auch wenn ich mal so ehrlich sein darf, unter anderem. Margarine Classic Omega 3. Sieht man das? Sieht man das? Die gute River Cola. Ich find, die schmeckt genauso wie die normale Cola. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ob jetzt River oder Coca. Das ist scheißegal. Hauptsache, es geht runter in den Magen und wird der Darmflora zugesetzt. Dann haben wir als kleinen Aperitif heute, dann hab ich mir gedacht, komm, da gänzt du dir doch mal was. Du hast ja nicht schon genug Schokolade und so. Hab ich gedacht, ich hol mir mal Toplerone Cheesecake. Das werde ich bei TikTok oder bei Instagram, eins von beiden werde ich das testen. Also verfolgt mich auf jeden Fall auf Instagram und auf TikTok. Da werde ich die Dinger testen. Ich glaube, das kann eine richtige Explosion in den Darmflora geben. Aber frag mich nicht nur Sonnenschein. Oh, ich glaub, da kommt ein bisschen Galle mit. Dann, als allerletztes noch eine kleine Überraschung. Da hat die liebe Bibi, das liebe Bilou-Team, hat mir doch noch was zugesendet. Lieber Timo, hm, jetzt wird's lecker cremig bei Bilou. Die Kaugummi-Neuheiten Lemon Cheesecake, gerade noch von Cheesecake geredet, liefert dir eine verrückte Geschmacksexplosion. Wenn das jetzt auch noch in der Darmflora sein sollte, dann raste ich komplett aus. Cremig, fluffiger Käsekuchen trifft auf frische Zitrone. So yummy. Keep smiling mit Bilou Lemon Cheesecake. Dein Bilou-Team. So, und davon hab ich jetzt ein paar Packlust bekommen, die ihr sehen könnt. Und da werden wir jetzt mal reinluschern, ob das dann auch wirklich was wird. So sehen die Dinger schon mal aus. Herber Abgang. Das erinnert mich so an Bertie Bobs Bohnen. Meins ist es jetzt nicht. Aber kann man mal unter anderem auch mal machen. So sieht der ganze Spaß aus. Gönnt euch reichlich. Und jetzt müsst ihr überlegen, für den ganzen Kladderadachi hab ich 64 Euro. Watt was? Wo bist du? Watt was? 64 Euro irgendwas ausgeben. Wir leben in der absoluten Inflation. Und das war noch nicht mal. Guck mal hier. Ich hab zwei Gerichte. Einmal Hackfleisch, also Spaghetti Bolognese und eine Pizza. Gut, ich kann mit Sahne, kann ich noch Thunfischsoße machen. Ich hab ja noch Thunfisch und Paprika und so da. Also das sind vielleicht drei Mittagsgerichte. Und halt Quatsch halt. Und halt Brotzeug, was man halt abends isst. Hier sowas. Mit Brot. Sonst Süßigkeiten, also wir sind am Ende, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich will nicht wissen, wie es im nächsten Monat aussieht. Da wird's wahrscheinlich alles noch mal teurer. Und dann geht die Buttermilch gar nicht mehr so gut runter in die Adamflora, wie sie es damals schon getan hat. Aber heute verabschiede ich mich. Wenn euch der Aldiol gefallen hat und ihr noch ein Aldiol wollt, das nächste Mal sagt mir gerne Bescheid. Schreibt mir in die Kommentare, wie alt ihr seid. Ich wünsche euch das Schönste auf der Erde. Ich werde jetzt gucken, dass ich den ganzen Einkauf hier wieder zusammen sammle und in meinen Kühlschrank tue. Ihr seid die Besten. Kuss geht raus. Ciao.